Wir sind Artefacts, wir sind eine Firma für künstlerische Fassadengestaltung. Uns gibt es seit 2003 und wir sind bei der IHK engagiert, ein Ausbildungsbetrieb im kaufmännischen Bereich und für den Mediengestalter. Wir sind selber seit über 20 Jahren Unternehmer hier in Brandenburg und arbeiten natürlich auch mit vielen anderen Unternehmen zusammen und kennen die Herausforderungen, die gerade heute auch im Markt zu finden sind, wie das Thema Fachkräfte, wie das Thema Inflation, die Energiepreise und eben aber auch das Thema Nachwuchs. Und deshalb setzen wir uns ganz besonders von Artefacts mit der IHK Potsdam zusammen ein, dass es Unternehmensbotschafter gibt, dass wir junge Leute erreichen, um halt auch in Zukunft in Brandenburg Unternehmertum zu haben. Und wir wollen junge Leute dafür begeistern, weil es wirklich eine tolle Sache ist, ein eigenes Unternehmen zu haben, Herausforderungen zu meistern und gemeinsam erfolgreich zu sein. Unsere Kunden erwarten ja von uns, dass wir uns bei der Vermarktung ihrer Produkte unterstützen, dass sie es hauptsächlich visuell Impulse setzen, Impulskäufe auslösen und das unterstützt natürlich unheimlich, dass ein Kunde rein und sagt, wow, das haut mich erstmal optisch um. Die Unternehmensbotschafter, das ist eine Initiative, die wir angestoßen haben, um Unternehmerinnen und Schülerinnen zusammenzubringen. Wir bringen die Unternehmerinnen in die Schulklassen und stellen in den Mittelpunkt die Gründerstorys. Das heißt, die Unternehmerinnen erzählen spannende, inspirierende Geschichten über die Selbstständigkeit und sie schließen die jungen Leute dafür auf, ein eigenes Unternehmen irgendwann mal zu gründen, sich vielleicht mit einer Schülerfirma auch auszuprobieren. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen, dass Brandenburg ein Gründerinnenland wird, in dem sich nicht nur die Startups, die aus den Unis, aus den Forschungseinrichtungen kommen, sondern alle Gründer willkommen fühlen, indem sie ein Umfeld finden, in dem sie wirtschaftlich erfolgreich sein können.